Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Zerfahrt! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unreichtes getan. Was Sie mit Ihren Medizin in Forschung erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generation dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen jetzt... Wir werden nur scheinbar haben, dann wird sie am Ende! Ich bin auch in meinem Herrn! Die Logik der Frau. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn! Was hätten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifeln nahe. Zu spät. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Mit einem ewigen Ruhr. Ganz... Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn! Entsuchen Sie ihn! Entsuchen Sie ihn! Entsuchen Sie ihn! Abonnieren den Geraden! Vielen Dank.